Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9nahtree-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise. Aktualisierte Neuausgabe nimmt der bekannte deutsche Schriftsteller Frank Schätzing seine Leser mit auf eine dringende Exkursion in die aktuellen Klimadiskurse und zeigt auf, dass effektives Handeln gegen die Klimakrise möglich und notwendig ist. Dieses Buch, eine aktualisierte Neufassung seines Werks, erweitert sein Plädoyer für ein Umdenken im globalen Maßstab mit neuen Erkenntnissen und Strategien. Schätzing präsentiert eine fundierte Analyse der Herausforderungen des Klimawandels und beschreibt konkrete Schritte, die Individuen und Gesellschaften ergreifen können, um der Klimakrise entgegenzutreten. Der Autor kombiniert wissenschaftliche Forschung mit einem appellativen Schreibstil, um das Bewusstsein zu schärfen und zum Handeln zu motivieren. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. 1. Die Aktualität der Klimakrise. Frank Schätzing macht in seinem Buch deutlich, dass die Klimakrise eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit darstellt. Er verwendet aktuelle wissenschaftliche Daten und Studien, um die Leser über die rapide Erwärmung des Planeten, das Schmelzen der Polareise und die Zunahme extremer Wetterereignisse aufzuklären. Der Autor argumentiert, dass ein globales Bewusstsein und sofortige Handlungen erforderlich sind, um irreversible Schäden zu verhindern. Er plädiert dafür, dass jede Einzelne und jede Nation Verantwortung übernehmen und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen muss. 2. Technologische Lösungsansätze. Ein bedeutender Teil des Buches widmet sich den technologischen Fortschritten und Innovationen, die das Potenzial haben, im Kampf gegen die Klimakrise eine Rolle zu spielen. Schätzing diskutiert Technologien wie Carbon Capture and Storage, CCS, erneuerbare Energien und die Elektrifizierung des Verkehrs. Er argumentiert, dass der technologische Fortschritt, wenn er richtig genutzt wird, eine Schlüsselrolle bei der Senkung der CO2-Emissionen spielen kann. Allerdings warnt er auch vor einer Technikgläubigkeit und betont die Notwendigkeit einer politischen und gesellschaftlichen Begleitung technologischer Entwicklungen. 3. Gesellschaft und Politik. Schätzing betrachtet auch die Rolle von Politik und Gesellschaft bei der Bekämpfung der Klimakrise. Er kritisiert die aktuelle politische Trägheit und die mangelnde internationale Zusammenarbeit. Zugleich zeigt er Wege auf, wie politische Maßnahmen und Gesetzgebungen effektiver gestaltet werden können, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Der Autor fordert eine stärkere Regulierung von Industrien und eine verbindliche gesetzliche Verankerung von Klimazielen. Zudem beleuchtet er die Bedeutung der Bildung und des individuellen Engagements für eine breitere gesellschaftliche Bewegung. In einem weiteren Kapitel erörtert Frank Schätzing die ökonomischen Implikationen der Klimakrise und wie eine nachhaltige Wirtschaft aussehen könnte. Er diskutiert das Konzept der Kreislaufwirtschaft, das Reduzieren des Konsums und die Umstellung auf nachhaltige Produktionsmethoden. Der Autor argumentiert, dass die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch ökonomisch vorteilhaft sein kann, indem sie neue Industrien fördert und Arbeitsplätze schafft. Schließlich die Rolle der Wissenschaft. Das letzte große Thema des Buches ist die Wissenschaft. Schätzing hebt hervor, wie essentiell wissenschaftliche Forschung für das Verständnis und die Bekämpfung der Klimakrise ist. Er plädiert für eine stärkere Unterstützung der wissenschaftlichen Gemeinschaft und eine bessere Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in politische Entscheidungsprozesse. Ebenso betont er die Wichtigkeit von Bildung und Aufklärung in der Bevölkerung, um eine breite Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu erzielen. Zusammenfassend, Frank Schätzings Buch ist ein entscheidender Weckruf für alle, die sich für die Zukunft unseres Planeten engagieren möchten. Es ist besonders relevant für Politiker, Entscheidungsträger, Umweltaktivisten und Bürger, die sich aktiv in die Diskussion und Maßnahmen gegen den Klimawandel einbringen möchten. Die detaillierte Darstellung verschiedener Aspekte macht das Buch zu einem wertvollen Ressourcen für jeden, der verstehen möchte, welche Maßnahmen jetzt notwendig sind, um die Erde für zukünftige Generationen zu bewahren. Das Buch liefert nicht nur Wissen, sondern motiviert auch individuell und gesellschaftlich zum Handeln. Somit kann es das Bewusstsein stärken und einen echten Unterschied im individuellen und kollektiven Bestreben machen, die Welt zu retten. Wenn Sie unterstützen möchten. Frank Schätzing Können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!